Ich habe ja schon damals ein Video zu Matissell gemacht, als er von Startrend zum FC Bayern gewechselt ist, in dem ich ihn näher vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz möchte ich heute, fast zwei Jahre später, noch einmal über ihn reden, warum er für den FC Bayern wirklich das Beste ist, was ihnen passieren konnte. Neben der sportlichen Komponente, zu der ich später noch komme, ist aber vor allem das, wie er sich neben dem Platz gibt, entscheidend. Denn so hattest du bei Bayern natürlich auch beispielsweise einen Robert Lewandowski, der auf dem Platz eigentlich immer abgeliefert hat, der aber trotzdem bei den Fans nie so wirklich beliebt war, immer mal wieder mit einem Wechsel geliebäugelt hat und es dann letztendlich ja auch getan hat. Aber Matissell ist da wirklich ganz anders. Klar, das kann sich auch noch ändern, weil er ist noch relativ jung. Aber ich würde sagen, gerade dass er in so jungen Jahren schon so drauf ist, ist wirklich bemerkenswert. Er gibt sich immer sehr bodenständig, identifiziert sich vor allem komplett mit dem Verein, gibt einige Aussagen, dass er wirklich eine Vereinslegende werden will und eigentlich seine ganze Karriere beim FC Bayern verbringen will und das ist schon mal eine entscheidende Grundlage. Zudem stellt er sich auch nach Niederlagen immer den Fans, selbst wenn er gar nicht mal so viel spielt, was ja bei anderen Stars jetzt auch nicht immer der Fall war. Das gefällt den Bayern-Fans auf jeden Fall und ist auf jeden Fall lobenswert. Zudem, auch wenn er jetzt noch nicht lange da ist, hat er auf jeden Fall schon gut Deutsch gelernt, will sich da bestmöglich integrieren und dann später auch Führungsspieler werden und das ist auf jeden Fall alles sehr bemerkenswert für einen immer noch erst 18-jährigen Franzosen, der jetzt noch nicht mal zwei Jahre im Ausland ist. Zudem schaut mal hier, wie cool er drauf ist. Er spielt einfach FIFA bzw. EAFC gegen Bayern-Fans, was ich einfach sehr cool finde. Schreibt er einfach auf Insta mit den Fans und spielt dann auch gegen die. Das ist einfach sehr nice zu sehen. Außerdem, wenn wir jetzt so langsam zu dem Sportlichen übergehen, so spielt er ja relativ selten, kommt meistens eher nur als Joker rein, spielt eigentlich fast nie in der Startelf, zumindest jetzt unter Tuchel, stellt aber trotzdem überhaupt keine Ansprüche bzw. klar würde er gerne spielen, aber er beschwert sich jetzt nicht, zumindest nicht öffentlich wie ein Gravenberg zum Beispiel, sondern nimmt es einfach hin und zeigt seine Leistungen, wenn er dann spielt. Denn trotzdem ist er fast immer echt gut, vor allem wenn er eingewechselt wird und gibt auch immer alles, wirft alles rein, zerreißt sich für den Verein und das ist für so einen Jungen echt nicht selbstverständlich und genau das, was die Fans sehen wollen. So verkörpert er jetzt schon mit einem Musiala oder mit einem Pavlovic die Zukunft des FC Bayern. Auch wenn er anders wie die anderen beiden noch kein Stammspieler ist, ist er trotzdem schon jetzt ein Gesicht des FC Bayern. Man hat jetzt auch den Vertrag mit ihm verlängert bis 2029. Das ist ein klares Zeichen, sowohl vom Verein als auch von ihm, dass man in der Zukunft definitiv auf ihn bauen wird. Auch wenn er bisher meist nur Kurzeinsätze hatte, hat sich auf jeden Fall durch seine trotzdem guten Leistungen der Transfer definitiv schon gelohnt. Das Risiko, dass man damals eingegangen ist, ihn für 20 bis 30 Millionen zu verpflichten, obwohl er bei Rennen eigentlich noch gar nicht den Durchbruch hatte, eigentlich fast gar nicht für die Profis gespielt hat, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Mittlerweile hat er schon einen Marktwert von 50 Millionen, also selbst wenn man sich jetzt irgendwie trennen würde, hätte man auf jeden Fall die Summe von damals mehrfach eingespielt. Das ist wie gesagt vor allem auf seine guten Leistungen zurückzuführen. So hat er diese Saison für Bayern circa alle 80 Minuten eine Torbeteiligung geliefert, also Tor oder Assist, was auf jeden Fall schon mal ein richtig krasser Wert ist. Klar, die Sample Size ist da nicht so groß, weil er meistens nur eingewechselt wurde. Zur Wahrheit gehört auch, dass wenn er mal von Beginn an gespielt hat, meistens nicht ganz so stark war, wie wenn er eingewechselt wurde. Einfach weil der Gegner dann auch noch ein bisschen fitter war. Nichtsdestotrotz will ich ihn hier auf keinen Fall schlechtreden. Er hatte da auch gute Einsätze, wie zum Beispiel gegen Freiburg. Und da war das Tor auch exemplarisch dafür, wie ihn der kommende Bayern-Trainer, wer auch immer es sein wird, einsetzen muss. Nämlich im linken Halbraum, da ist er wirklich am stärksten. So eine halblinke Position, wo er dann ins Zentrum ziehen kann. Mit seinem starken rechten Fuß den Abschluss meistens den Schlänzer ins lange Eck suchen kann. Das ist genau, was ihn ausmacht. Habe ich auch damals gesagt in dem Video, als ich ihn schon mal vorgestellt habe. Schaut da auch gerne nochmal rein, falls es euch noch heute interessiert. Und wenn man da in Zukunft ein gescheites Setup hinbekommt, in dem sowohl er als auch Musiala spielen kann, was schon so ein bisschen schwieriger ist, je nachdem anderen Personal noch, dann werden die Bayern-Fans in Zukunft auf jeden Fall viel Freude haben an Matisse Tellt. Denn er hat, was das Potenzial angeht, wirklich die Möglichkeit zu einem Weltklasse-Spieler zu reifen. Und diese Möglichkeit sollte man sich bei Bayern nicht entgehen lassen. Das soweit nochmal so ein kleines Update zu Matisse Tellt und wie es mit ihm so in der Zukunft aussehen könnte. Schreibt mir gerne eure Meinung zu ihm in die Kommentare. Lasst mir ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.